Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen zu den Edeka-Angeboten vom 28. Oktober bis 2. November. In dieser Woche erwarten Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Kategorien. Frisches Obst und Gemüse, hochwertige Fleisch- und Fischprodukte sowie viele weitere Artikel sind stark reduziert. Nutzen Sie die großartigen Angebote und sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf. Verpassen Sie nicht die Sonderaktionen in Ihrem Edeka-Markt. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche bei Edeka steht ganz im Zeichen von Frische und Qualität. Entdecken Sie die sommerliche Frische mit unserem Angebot an Bioprodukten. Frische Bio-Äpfel, knackiger Salat und viele weitere saisonale Gemüsesorten erwarten Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit und gönnen Sie sich die besten Bioprodukte, die diese Woche in Ihrem Edeka-Markt zu finden sind. Auch in dieser Woche gibt es bei Edeka tolle Angebote auf hochwertige Fleisch- und Fischprodukte. Egal ob Sie sich für frischen Lachs, saftiges Rindfleisch oder zartes Geflügel entscheiden. Sie finden alles zu reduzierten Preisen. Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit gesunden und schmackhaften Produkten, die von höchster Qualität sind. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Die wöchentlichen Angebote bei Edeka bringen Ihnen unschlagbare Preise auf Snacks, Lebensmittel, Getränke und Milchprodukte. Von leckeren Knabbereien bis hin zu erfrischenden Getränken. Alles, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen, ist diese Woche besonders günstig erhältlich. Auch Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Butter sind zu reduzierten Preisen im Sortiment. Darüber hinaus gibt es viele weitere Sonderangebote in verschiedenen Kategorien, die Ihnen die Möglichkeit bieten, beim Einkaufen zu sparen. Verpassen Sie nicht diese großartigen Rabatte und decken Sie sich rechtzeitig mit Ihren Lieblingsprodukten ein. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Musik 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 Amen. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ab dem 31. Oktober gelten bei Edeka wieder die beliebten Wochenendangebote. Nutzen Sie die Chance und profitieren Sie von attraktiven Rabatten in vielen verschiedenen Kategorien. Egal ob Lebensmittel, Getränke oder Haushaltswaren, für jeden ist etwas dabei. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die besten Angebote des Wochenendes. Im Edeka E-Center gibt es diese Woche unschlagbare Angebote, die Sie nicht verpassen sollten. Verschiedene Produkte aus verschiedenen Kategorien sind zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Von Lebensmitteln über Getränke bis hin zu Haushaltsprodukten im E-Center finden Sie alles, was Sie brauchen, zu tollen Preisen. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.